Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Bonus-Code-Auslosung für den Monat Mai in dem Augenblick. Und ihr wisst, normalerweise bin ich da immer ein bisschen flinker dran, zum ersten, zweiten, denn dieses Mal ist es etwas später. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber es war ein bisschen was los. Und ich habe mir praktisch diese Woche als Video das meist kommentierte Video rausgesucht, und zwar das World of Tanks Test Server 008 Video, wo ich auch gleichzeitig den neuen Modus damals vorgestellt hatte. Jetzt ist es aber so, ich glaube, ich probiere es noch einmal, Swido mag heute so nicht. Nein, es bleibt auch so. Deswegen werde ich jetzt hier in gewohnter Manier mit dem Scrollen arbeiten, und sobald ich irgendwo stehen bleibe, ist das der Kommentar, der gewinnt. Und zwar MrVegasLP, der wird den Bonus-Code bekommen. Glückwunsch an dieser Stelle für dich, schalt auch ein YouTuber zu sein, und vielleicht kann er damit was anfangen. Und es kommt immer mal wieder die Frage auf, wo finde ich denn den Bonus-Code? Dann müsst ihr ganz einfach, ihr geht hier oben, mein Kanal, Video Manager, so ist es richtig, und dann auf Community. Das ist ein bisschen umständlich, aber jetzt habe ich es gefunden, und dann Nachrichten. Und da findet ihr die Nachrichten, die ihr erhalten habt, und dann also auch da den Code MrVegasLP. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen, ich hoffe, nächstes Mal klappt Swido auch wieder so, wie ich mir das vorstelle, und dann wird auch der Bonus-Code wieder zeitnah kommen. Ich wünsche euch alles Gute, macht's euch noch einen schönen Juni, bis bald, euer Eike Ramba. Ja, vielen Dank.